Ja, sehr geehrte Damen und Herren, einen schönen guten Abend. Sie werden sich jetzt ein bisschen wundern, weil ich da jetzt einleite. Die gute Nachricht ist, den Rudi Fussi gibt es in der Sendung nicht mehr. Das mache jetzt ich. Also es heißt jetzt, Jörg will streiten. Die schlechte Nachricht, er ist leider mein erster Gast, aber da müssen wir noch einmal durch. Also ich wünsche Ihnen viel Vergnügen für die Sendung. Meine Damen und Herren, willkommen bei einer neuen Ausgabe von Fussi will streiten. Ich habe viele Zuschriften bekommen, der Fussi, der streit ja gar nicht gescheit. Ja, eh, aber wenn ich jetzt einen Sendungstitel hätte, wie Fussi redet mit Menschen oder so, hätten Sie glauben, das wäre irgendeine Hilfsaktion für afrikanische Kinder von Karl-Heinz Böhm. Und darum ist der Sendungstitel ein bisschen streitbarer. Wichtig ist, dass Sie aus den Gesprächen was mitnehmen, so wie ich auch. Mein heutiger Gast ist unser Weltraumminister. Lachen Sie nicht, so was haben wir. Ob wir das brauchen, weiß ich nicht. Mich freut es auf jeden Fall, dass er da ist. Danke, Jörg, dass du dir Zeit nimmst. Sie werden sich wieder wundern, warum tut sich, weil der Jörg Steirer ist, so wie ich Steirer bin. Wir kennen uns schon fast als Kinder. Naja, gut, das wäre jetzt, du bist 50. Ja, und du schaust aus wie 50. Ja, gut, das ist nicht. Was zeichnet nun Steirer aus? Der Pilz ist ein streitbarer Hundling, wie wir jetzt gesehen haben. In uns muss was drin sein, was die anderen nicht haben. Ich glaube, es ist, wenn man es negativ sagt, eine gewisse Sturheit, die durchaus auch als eine gewisse Konsequenz verstanden werden kann. Wenn wir uns was vorgenommen haben, dann machen wir das halt. Und das merkt man beim Peter Pilz natürlich auch. Schauen wir mal, was er jetzt machen wird. Bei dir hat man immer den Eindruck gehabt, weil du sagst, wir machen das, was wir sich vorgenommen haben. Diese Fülle ist in deinem Leben passiert. Oder war das auch geplant? Zuerst im EU-Parlament, dann Minister, dann vielleicht irgendwann steirischer Landeshauptmann. Das passiert eher, oder? Man muss halt am richtigen Platz warten können und auf den richtigen Zeitpunkt warten. Und dann, oder wie rennt man? Bei mir war es eher so, dass ich nie wirklich Ambitionen gehabt habe, sondern mir manchmal gedacht habe, ich müsse das machen, weil ich es machen kann. So war das, wie ich Europaabgeordneter worden bin. Es war sehr liberal damals in der SPÖ. Jeder hat antreten können, der wollte. Hat der Franz Wawes damals gesagt. Und ich habe mir gedacht, ja, ich glaube, ich kann das machen. Ich trete an. Dann hat es, glaube ich, fünf oder sechs Kampfabstimmungen im Landesparteivorstand gegeben. Immer einer weniger. Und zum Schluss war ich der Letzte, der übergeblieben ist. Also last man standing sozusagen. Und das ist eigentlich dann meistens so gewesen bei mir. Also es gibt da keinen großen Plan. Aber kann man sagen, du bist deswegen immer übergeblieben, weil die anderen vielleicht kantiger waren und du halt als Sachpolitiker eher der brave, bescheidene, der halt, der Jörg machte schon, oder wie ist das? Das glauben, das haben ein paar glaubt, ja. Der alten Freund auch? Ja, ein paar haben das glaubt. Aber ich habe mit allen einen sehr, sehr guten Kontakt. Und das passt schon so. Aber es hat sich jetzt was verändert. In der Politik bist du schon länger. Jetzt diese sozialen Medien, die da dazukommen, alles wird schneller. Du bist ja selber auf Twitter sehr aktiv und postest wahnsinnig viel, so wie deine Mitarbeiter auch. Wird man da nicht immer mehr zum Getriebenen, dass man diese Geschwindigkeit annimmt und nicht mehr die Zeit hat, eigentlich an wirklichen Lösungen zu arbeiten, weil jeder sofort eine Antwort haben will? Deswegen eine Auswirkung auf die Art und Weise, wie du Politik machst? Jetzt haben sie mir zum Beispiel das Handy weggenommen. Jetzt kann man nicht twittern. Wirklich? Ja, es ist nichts mehr mit da jetzt. Jetzt während der Aufzeichnung. Ja, während der Aufzeichnung. Hast du deins? Ja, ausgeschalten. Ausgeschalten, ja. Das haben wir davon. Wäre schlecht. Aber hat sich das verändert? Früher hat man auch Presse-Sendungen in der Woche rausgehabt und alle haben gesagt, das tut eh was. Und heute muss man jeden Tag irgendwie gleich Antworten haben. Ich finde es nicht dramatisch eigentlich. Das muss man halt gern tun. Wenn man nicht gern twittert, dann soll man Twitter lassen. Wenn man nicht im Facebook selber gern was macht, dann soll man Facebook lassen. Also das ist schon, das kann man auch nicht so geplant machen, sondern das passiert immer wieder dazwischen. Also ich lies ständig Twitter, weil es mich einfach interessiert, was die Leute schreiben. Und manchmal schreibe ich halt was dazu dann. Und dann nehme ich mir nicht jetzt extra Zeit, sondern das passiert halt so. Und wenn du das so machst, dann geht es im Prinzip schon. Du bist also der moderne 50-Jährige eigentlich. Ja, ein bisschen halt. Aber das wird ja von Europa auch mitblieben sein. Stichwort Europa. Du hast ja in der EU mehrere Kämpfe geführt an und die Spitzenkandidatur, wo dann die Partei gesagt hat, und dann nehmen wir lieber ein bekanntes ORF-Gesicht mit bekannten Ausgang. Und dann gegen die Giga-Liner, wo auf europäischer Ebene viel darüber diskutiert worden ist, in Österreich weniger. Du hast das immer schon mit größeren Gegnern angelegt. Also Giga-Liner, größer geht nicht auf der Straße, glaube ich. Und auch sonst. Also zurück zum Steirischen, das liegt ja auch in uns drin, oder? Dass wir uns immer Gegner suchen, wo jetzt andere sagen, naja, du legst das lieber nicht an. Ja, alles andere war ja fad. Und ich führe diese Kämpfe, wenn ich überzeugt bin, dass es richtig ist, es zu tun. Ich mochte es ja nicht als Jux und Tollerei. Und bei den Giga-Linern war klar, diese Lustwägen können bei uns nicht fahren. Es hätte gekostet, ein Landesautobahnnetz adaptieren, fast sechs Milliarden Euro, damit die fahren können, damit noch mehr Verkehr auf der Straße ist, weniger auf der Eisenbahn ist. Und da bin ich absolut dagegen. Und dann habe ich diesen Kampf geführt, ihn gewonnen in Europa. Das war nicht so einfach, aber ein bisschen Erfahrung und Talent hat vielleicht geholfen. Und wie ich dann in die Steiermark gegangen bin, war ja witzig, haben sie ein Interview in der Deutschen Verkehrszeitschrift gemacht und die Frechter haben dann gesagt, na endlich ist dieser sture Hund weg. Jetzt haben sie mich halt als Minister wieder zurückgekriegt, den Verkehrsministerrat. Naja, und jetzt kommst du halt gegen die Deutschen zurück bei der Autobahn-Maut. Also da bringst du eine Klage ein. Ist das eine Show, Klage, oder gibt es da echt eine Chance, dass wir da was reißen? Nein, mir geht es um Gerechtigkeit. Das ist immer wieder dasselbe bei mir, wenn ich das Gefühl habe, es ist was ungerecht, dann gehe ich dagegen an. Und das, was die Deutschen gemacht haben, ist europarechtswidrig. Das ist eindeutig. Sie diskriminieren die Ausländerinnen und Ausländer. Und wenn was diskriminierend ist, muss man dagegen vorgehen. Und das ist auch einerseits das Prinzip. Europa ist für mich schon ein Anliegen. Ein riesiges Anliegen. Aber ein Europa, wo nicht das Recht des Stärkeren gilt, sondern wo die Stärke des Rechts gilt. Das ist mein Europa. Und dafür kämpfe ich schon einmal. Und dann geht es auch darum, es gibt drei, vier Millionen Österreicher, die betroffen sind. Die im Gegensatz zu den Deutschen die Maut zahlen müssen. Und für die möchte ich was erreichen. Die Chancen sind gut. Es stehen auch fast alle hinter mir. Bei den Freiheitlichen ist die Situation ein bisschen unklar. Ich weiß nicht, was dazu geführt hat. Vielleicht, weil es gegen Ausländer geht, aber das kann ich nicht beurteilen. Gegen Deutschland? Naja, gegen Deutschland werden sie wohl nicht sein. Größte Zuwanderergruppe und trotzdem ist Zuwanderung ein Problem. Das finde ich bei denen immer spannend. Ja, das ist ein bisschen ein einartiges Thema. Aber als Verkehrsminister, glaube ich, es gibt ja keinen Minister, der so viele Dinge in seinem Ressort hat. Deswegen habe ich dich als Weltraumminister begrüßt, weil da steht ein Satellit, wie ich vorher gelernt habe. Also meine Damen und Herren, schauen Sie, dass wir verloren haben. Das ist ein echter österreichischer Satellit, der im Weltraum war. Beziehungsweise der Doppelgänger von einem Satelliten, der im Weltraum ist. So ist es, glaube ich. Es ist großartig, muss man sagen. Aber wenn man schaut, was du ist, du hörst ja alles. Mir geht es so, wenn ich auf der Autobahn fahre, dann sehe ich immer, jedes Mal die Baustellen, wo nie wer hackt, vor allem nicht am Samstag oder am Sonntag. Und ich denke mir jedes Mal, sind unsere Politiker in der Verkehrspolitik einfach zu steppert? Oder warum schreibt man das nicht so aus, dass quasi 24 Stunden durchgearbeitet werden muss, damit die Baustelle so schnell wie möglich weg ist? In der Stadt ist das noch ärgerlicher, wo mehr Verkehr ist. Aber auch auf Autobahnen. Warum ist das so, dass dort nicht einfach immer gearbeitet wird? Ich hätte gesagt, gehen wir mal hin zu so einer Baustelle und reden wir mit den Leuten, was dort wirklich geschöpft wird. Weil es ist eine unglaublich fordernde Arbeit. Jetzt, wenn es draußen 30 Grad hat, die Sonne knallt, aber der Asphalt, der frisch kommt, ist unglaublich heiß. Also reden wir mal mit denen, ob die das Gefühl haben, es wird nicht gearbeitet. Das wäre eine interessante Diskussion. Das machst aber du. Ich schaue mir das dann an, was da passiert. Aber man könnte in der Schicht durchfahren nicht dieselben 24 Stunden arbeiten oder irgendwas, dass das schneller geht. Nein, ich verstehe. Ich verstehe. Diese Baustellen sind lästig. Aber es ist klar, es muss passieren. Das ist vollkommen klar, weil wir können die Straßen nicht verlotern lassen. Wir haben das Positive, dass wir ein sehr, sehr gut ausgebautes Autobahnnetz in Österreich haben. Und jetzt geht es halt darum, die Balance zu finden zwischen so schnell wie möglich fertig machen und gleichzeitig nicht zu teuer zu machen. Weil wenn du jetzt sagst, du baust 24 Stunden durch, kostet das natürlich am Ende viel mehr. Und da, wo es wirklich prekär ist, passiert das eh. Es wird der Blabutsch-Tunnel im Herbst begonnen zu sanieren. Und der Blabutsch-Tunnel ist, wenn man jetzt die Situation in Graz kennt, wenn der zu ist, ist es eine Katastrophe. Und jetzt haben wir ein Szenario entwickelt, wo man am Tag vierspurig durchfahren kann und auf die Nacht dann der eine Dunkel geschlossen wird und in der Nacht gebaut wird. Das ist natürlich unglaublich aufwendig. Da musst du in der Früh die Baustelle wegrahmen, dann wieder gefahren, dann oben die Baustelle wieder herrahmen. In dem Fall machen wir das, dass es ganz so effizient wie möglich geht, weil es nicht anders geht. Aber man muss dann bei anderen Baustellen, wo es nicht so ein großes Problem ist, dann halt auch wieder schauen, dass man nicht so viel Geld ausgibt dabei. Da ist ja eine gewisse Verantwortlichkeit, zu sagen, wir wollen sparsam sein bei den Baustellen. Und das ist das in Wahrheit. Naja, wenn ich mir schaue, wofür man sonst Geld ausgibt, ich reg mich jetzt mal auf, wenn ich diese depperten Asfinac-Inserate sehe, die mir erklären, du, wenn du nach Salzburg fahren willst, war ich dir vorher auf der Autobahn, weil die Gaberts, oder wenn du eine Pause machen willst, fahre ich auf einen Rostplatz. Wann hört denn das endlich auf, diese Inseriererei? Ich bin dagegen, dass das aufhört. Man kann über diese Regierungsinserate alles Mögliche diskutieren. Ich bin der Auffassung, die Diskussion ist manchmal ein bisschen unehrlich geführt, weil jeder da seine Eigeninteressen hat. Aber wenn man es lösen möchte, ich wäre dafür, es gibt nur mehr eine Gesamtregierungsvergabe von Inseraten. Keiner entscheidet, wie das passiert, sondern es wird objektiv halt irgendwie gerichtet. Das kann man schon machen alles. Aber prinzipiell, heute ist es für vernünftig, gewisse Dinge zu tun. Beispielsweise darauf aufmerksam zu machen, dass geimpft werden soll. Das ist unser Problem. Ja, ich habe aber nicht so ein Autobahn. Naja, und das mit der Autobahn. Wir haben das Problem der Mautflüchtlinge, insbesondere bei den LKWs. Und das ist zum Beispiel bei uns, Enstall-Bundesstraßen, die B320, ein großes Problem. Wir haben möglicherweise eine rechtliche Möglichkeit, auf Bundesebene da was zu tun. Das prüfen wir jetzt. Aber wir müssen natürlich auch auf die sanfte Beeinflussung setzen. Und das ist insbesondere... Mit dem Inserat in einer Boulevardseitung glaube ich nicht. Das ist insbesondere bei Straßenverkehrssicherheit wichtig. Du erreichst mit diesen Inseraten nette 5%, die bewusst schnell fahren, alkoholisiert fahren und so weiter. Die erreichst nicht. Aber die, die so wie 90% der Leute fahren, unbewusst Fehler machen, da funktioniert das. Wenn die einen Werbespot zum Beispiel im Kino sehen, wo der Papa nicht mehr heimkommt und die Familie mit dem Hunderl und die Kinder warten, dann ist das schon eine Art von Bewusstmachung, dass man manche Fehler vermeiden soll. Und das finde ich, ist schon wichtig. Wie gesagt, die, die rasen wollen, da hilft das alles nichts. Aber die, die zufällig Fehler machen, da schaut es meines Erachtens überhaupt nicht, sondern es ist wichtig, dass die aufmerksam gemacht werden. Ja, aber glaubst du, dass irgendwer anders fährt, weil er jetzt, es gibt einen neuen Rastplatz in, weiß ich nicht, irgendeinem... Schau mal, schau mal, wie... Das ist doch nur, du weißt ja, dass diese Inserate hauptsächlich gemacht werden, aus Angst vor Politikern, weil sonst der Boulevard wieder draufdruckt. Entweder da gibt es da Geld her, oder sonst drückt man drauf. Das ist bei jedem Minister, bei jeder Partei, so ist es, es hat ja mal Untersuchungen gegeben, in einem Wahlkampf, dass SPÖ und FPÖ am meisten im Boulevard inseriert haben und die Tonalität der Berichterstattung zufällig wirklich fast auf dem selben positiven Niveau war, wie die Summe der Inserate der beiden Inserenten. Also das war, da gibt es ja einen Zusammenhang, das muss man da nicht aufpassen. Also ich muss da ehrlich sagen, ich bemerke den nicht und ich halte mir auch komplett heraus, was die Vergabe von Inseraten betrifft. Wir haben jetzt eine Verkehrssicherheitskampagne, das ist auch der Grund, warum wir derzeit relativ hohe Ausgaben haben, weil das ist alle drei Jahre einmal, da wird alles konzentriert auf die Kampagne. Und das entscheidet eine Stelle bei uns im Haus, gemeinsam mit der Wehrwerke-Agentur. Also ich halte mich da komplett heraus und es ist nicht meine Aufgabe, irgendwas da zu entscheiden. Und ich hätte auch nicht das Gefühl, dass Medien, wo das dann vorkommt, mich so oder so behandeln. Also das ist für mich nicht... Ich muss auch rufen, machen andere Minister auch, du rufst auch und sagst, hören Sie, da ist der Leichtfried, ich habe eine Million im Quartal rumgeschoben, jetzt will ich gescheite Schlagzeilen haben. Nein, das halte ich aber für nicht, gescheit. Du bist aber eine Ausnahme, glaube ich. Ja. Wenn es das so sieht... Kann ich nicht beurteilen. Aber es ist nicht meine Aufgabe, Journalisten irgendwas zu sagen, was sie zum tun haben. Das ist die Aufgabe der Journalistinnen und Journalisten. Ich glaube, du sagst, das ist die Aufgabe deiner Presesprecher. Nein, die tun das auch nicht. Das sind schlechte Presesprecher. Ja, die sind schon in Ordnung. Manchmal kann man schon ein bisschen was kritisieren, aber wir kennen die zwei. Gut, lass ich dich bei der Inserate in Ruhe, reden wir über diese selbstfahrenden Autos und selbstfahrende Busse und das alles. Mir macht dir das alles eine Riesenangst. Wieso? Weil ich, wenn ich was nicht selber in der Hand habe, das ist so wie fliegen, da fliegst du auch nicht selber, und wenn ich mir vorstelle, da fällt die Technik aus, da baut Computer halt. Da fährst du im Zug auch nicht selber. Ich fahr ja nicht gern Zug. Das ist aber ein Fehler. Nein, Zugfahren ist furchtbar. Okay. Ja, wenn es du... Ich war zufällig, ich bin an dem Tag Zug gefahren, wo in Linz der Brand, der Bauernhof war, der Kabel Brand und hab gebraucht, gestattet 6,5 Stunden nach Vorarlberg, habe ich 12 Stunden. Ja, das ist spektakuläres Fech. Ich habe vor allem ein Business Class Ticket gezahlt mit Reservierung und dann bin ich in der zweiten Klasse am Gang gestanden und weißt, seitdem die welche Reisegruppen reichen. ob dir das nicht recht, Geschicht so. Glaubst du das? Ist aber auch nicht. So gemein bin ich normal auch nicht, dass ich das verdiene. Nein, zurück zu dem Selbstverhalten. Mir macht das ein bisschen Angst. Was ist, wenn da irgendeine Technikausfall ist, die Technik versorgt und auf einmal bremst nicht, wenn da ein Kind im Ball auf die Straßen hat. Ist das wirklich so gescheit, dass wir uns dieser technischen Revolution doch so unterwerfen und nicht gewisse Dinge aussparen und sagen, das kann schon gefährlich werden. Ja, wir unterwerfen uns ja nicht. Wir treiben es ja voran. Und die Frage ist ja nicht, kommt es oder kommt es nicht. Es kommt. Das entscheidet sich, wenn ich sage, es kommt nicht. Wenn es wir nicht tun, tun es die anderen. Also wenn man jetzt das weltweit anschaut, die Amerikaner versuchen sehr weit zu sein, wenn man Google anschaut oder Tesla. Die entwickeln Systeme, die kommen. Die Schweden entwickeln das genauso. Wenn wir jetzt nach Europa kommen, bei Volvo, die rechnen damit, dass sie in drei bis vier Jahren auf Autobahnen vollautomatisiert fahren können. Da gibt es so ein Projekt zwischen Volvo und der schwedischen Regierung. Und wir haben in Österreich, wir sind in der Automobilindustrie führend. Muss man offen sagen. Aber wir müssen auch führend bleiben. Das ist ein extrem wichtiger Wirtschaftszweig. Und wenn wir diese Automatisierungskompetenz bei uns haben, und das gelingt uns derzeit, dann ist es einmal wirtschaftspolitisch, standortpolitisch für uns ganz, ganz wichtig. Gerade in der Steiermark bei uns. Und das Zweite ist Straßenverkehrssicherheit. Neun von zehn Unfällen passieren wegen menschlicher Fehler. Und mit diesen Automatisierungssystemen schließt eigentlich diese Fehler aus. Und das funktioniert ja recht gut schon inzwischen. Wenn du jetzt schaust, was es da jetzt gibt, diese ganzen im Auto eingebauten Systeme, die Schleudern verhindern zum Beispiel. Das ist automatisiertes Fahren. Ist ja nichts anderes. Oder sagen die den Abstand messen. Ich habe das bei mir im Volvo nicht vor. Diese Abstandsmessung, da brauche ich nicht mehr lenken. Da bremst du automatisch, du hast den Abstand ein. Und das funktioniert ja nicht gut. Ja, aber außer es steht, wer, du kommst zu einem Bahnübergang und die anderen Autos stehen schon dort oder bei einer Ampel, dann erkennt, mein Auto nicht, weil das sich nicht bewegt und ich tät wirklich eine radieren. Und deswegen denkt man, ich weiß nicht, ob das so gescheit ist. Eine gewisse Eigenverantwortung hast du natürlich jetzt. Und du bist auf ein Pflug, du hofftest ja für alles, was passiert. Diese Assistenzsysteme, die es jetzt gibt, unterstützen die, entbinden die aber nicht von der Verantwortung. Aber das heißt, beim Bus sitzt der Buschauffeur noch immer drin, fährt aber dann nicht? Oder wie muss man sich das vorstellen? So weit sind wir noch gar nicht. Was wir jetzt tun, ist testen. Wir bieten europaweit die besten Testumgebungen an. Und die Automobilhersteller versuchen ihre Systeme jetzt immer stärker zu verbessern. Wir sind jetzt bei einem Stand, wo gewisse Sachen schon gehen, gewisse andere noch nicht gehen. Also dessen muss man sich auch bewusst sein. Aber irgendwann einmal wird es soweit sein, dass es möglich ist, selbstfahrende, komplett automatisierte Autos zu haben. Und dann muss man überlegen, und das wird die große Schwierigkeit werden, wie behandeln wir das rechtlich? Wer hofft, sollte was passieren? Was heißt es ethisch von der Verantwortung her? Was ist mit den Arbeitsplätzen? Weil allein der ganze Transport- und Güter- und Transportbereich, egal ob du jetzt Personentransport nimmst oder Gütertransport, Kleintransporteure in der Stadt, was ja ein Riesenteil mehr ist, logistisch, weil diese ganzen Packelversand-Geschichten aus dem Internet dramatisch wachsen werden natürlich. Also man muss ganz ehrlich sagen, wenn das wirklich einmal so ist, dass vorautomatisiert gefahren wird, im Bereich Personenbeförderung der Stadt, Taxis, dass da Arbeitsplätze verloren gehen können. Ja, auf der anderen Seite gewinnen wir. Natürlich, wenn das ein Industriezweig ist, wo wir sehr, sehr gut sind, in diesem Bereich wieder Arbeitsplätze. Ja, aber es bringt mir nichts, wenn angenommen Uber, die jetzt einführen, diese vollautomatischen Dinge, die zahlen jetzt schon keine Steuer in Österreich, keine Körperschaftsteuer, im Unterschied zu jedem normalen Taxler, dann hast du wahrscheinlich lauter Konzerne, die in alle Länder der Welt ihre vollautomatischen Lösungen anbieten, die Wertschöpfung ist weg, die Arbeitsplätze sind weg, und dann freut sich halt, dass ein paar Industriebetriebe Aufträge kriegen. Ich glaube, da muss man schon extrem aufpassen. Ja, es ist nicht so einseitig positiv zu sagen, das ist vollkommen klar. Ja, vor allem, was passiert dann, was ich mir halt denke, ist, wenn wir uns alle selber wegrationalisieren, Mit wem streit ich dann da? Ja, ey, 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 wer vergibt die Inserate? Wenn die wirklich objektiv vergeben werden, dann wird der Richard Schmidt von der Kronenzeitung ziemlich schimpfen wahrscheinlich. Ich weiß nicht, aber das ist nicht mein Thema. Was mein Thema ist, ist diese Entwicklung, wo ich mir denke, wenn jetzt die Pizza mit der Drohne dahergeflogen kommt und alles automatisiert ist... Nein, die Pizza tun wir schon persönlich ausgetragen. Da haben wir ja eine gewisse Tradition. War das glaubwürdig, das Pizza-Video, oder hast du auch gleich gemerkt, na gut gemacht, aber halt schon ein bisschen gestellt, oder was hörst du von den Leuten? Also, die, die mich anreden, die sind da sehr, sehr positiv gestimmt gewesen, was das betrifft. Vielleicht noch einmal zurück zu dem, was du angesprochen hast, Arbeitsplätze und Digitalisierung insgesamt, weil das ist ja die Frage. Automatisierung und Digitalisierung kommt. Ich bin ja aus Bruck an der Moor und das hat mich sehr geprägt in meiner Kindheit, wie diese Stahlkrise bei uns war. Die Stahlkrise war, weil man verschlafen hat, dass sich die Weltwirtschaft anders entwickelt hat und dass man mit billigem Maßen Stahl nichts mehr reißt. Deshalb ist das gekommen. Und man hat darauf reagiert, das ist dann zum Glück gelungen und inzwischen ist die Obersteiermark von der Industriekapazität her spitze in Österreich. ein metallurgisches Kompetenzzentrum Europas mit Exportquoten über 80 Prozent und so weiter und so fort. Und jetzt sind wir wieder in der Situation, wo was Neues kommt. Mit Digitalisierung und Automatisierung in einem sehr, sehr hohen Ausmaß. Und wenn wir jetzt wieder so tun, als ginge uns das nicht an, dann haben wir das gleiche Problem wie in der 70-Ger mit der Stahlkrise. Und mein Zugang ist, nein, wir müssen uns an die Spitze stellen, dieser Entwicklung, weil das generiert dann sehr, sehr viel mehr Arbeitsplätze bei uns, als wie sonst alles andere der Fall wäre. Und man sieht es bei der Föst, Leom, eine der, wenn man sagt Industrie 4.0 Paradebetrieb, ist das einer von denen und die haben in den letzten fünf Jahren jetzt mehr Mitarbeiter aufgenommen. Obwohl sie genau das gemacht haben, wo befürchtet wurde auch, dass das Arbeitsplätze kostet. Und das ist das, was man machen muss. Wir müssen die Innovativsten sein. Die Innovativsten auf der ganzen Welt. Aber dann bleiben halt andere auf der Strecke, weil Sozialisten haben immer international gedacht und man sagt, okay, es bringt ja nichts, wenn wir sozusagen, wenn wir die Schnellsten sind, haha, wir profitieren davon, aber dann ratiert es halt bei den anderen, in anderen Ländern das weg. Es gibt einen wirtschaftlichen Wettbewerb. Das ist klar. Und wenn ich es mir aussuchen kann, möchte ich, dass wir als Österreicher da vorne sind. Und wir sind es ja. Wenn wir nochmal zu den automatisierten Autos zurückkommen, entschuldige, das ist ein bisschen ein Steckenpferd von mir. Ich merke, dass du das so eine Interessenz zu diesen Autos hast. Jeder redet von dem Tesla-Auto oder von Google. Das, was bei uns passiert, was auch VL macht oder was auch Magna macht, das sind besser. Das Anzige, was die anderen vielleicht ein bisschen besser kennen, ist das Marketing. Aber unsere Ingenieure, unsere Ingenieurinnen sind besser wie die meisten auf der Welt. Und das sollte man auch mal sagen. Naja, offensichtlich schlechtes Marketing. Was ich ja lustig finde, alle reden, wir müssen uns an die Spitze der Veränderung stellen. Und dann sitzen wir da in Wien, die als eine der lebenswertesten Städte der Welt gilt. Und es hat keinen Plan, wie man da ein Ladenetz herbringt, dass man mit E-Mobilität zu Rande kommt. Und das ist ein Wahnsinn. Das stimmt so nicht. Das stimmt so nicht. Also ich habe, was ich jetzt aus Wien gehört habe, sind die sehr massiv dahinter, die gesamte Regierung das auf die Beine zu bringen. Die Grünen sagen gerne, es sind lieber gar keine Autos, als überhaupt Autos mit E-Mobilität, die dann lieber Lastenfahrräder und so am Platz sind. Ich habe auch kurz den Eindruck so gehabt, habe aber ein sehr interessantes Gespräch mit der Frau Vizebürgermeisterin gehabt, die mir diesen Eindruck nicht bestätigt hat. Also ich tue jetzt zwar den politischen Mitbewerber etwas loben, aber das kann man ja auch mal machen. Also da scheint in der Wiener Stadtregierung doch sehr große Einigkeit zu herrschen, dass du was weißt. Aber jetzt, wenn du jetzt so ein Auto hättest, wenn jetzt angenommen ist, kommen jetzt 30.000 E-Autos dazu in Wien, wären wir... Ja, wenn von heute auf morgen 30.000 kommen, dann wäre es eine Herausforderung. Aber wir haben ja das Glück, das wächst ja beides gleichzeitig. E-Mobilität auf der einen Seite und Ladestationen-Dichte auf der anderen Seite. Und so war unser Programm ja ausgerichtet. Wir fördern Autos. Sogar mit grünen Nummer-Tofeln. Sie kriegen grünen Nummer-Tofeln. Warum kriegen Sie grünen Nummer-Tofeln? Weil du Steirer bist. Nein, warum kriegen Sie es? Wer sagt? Weil es wahrscheinlich nach Umwelt ausschaut, grün ist die Farbe da. Nein, warum? Keine Ahnung. Ja, hallo. Ich bin ja nicht vorbereitet. Ach so. Außerdem bin ich bei keiner Prüfung. Ich sollte mit dir streiten. Also warum kriegen Sie Grüne? Weil es der Lieblings-Fahrer bist. Ja, dann wären Sie schwarz-weiß, so ist kein Sturm. Also gut, du bist ja auch von der Fraktion. Ja, was gibt es sonst? Nein, grün, ein wenig Rapid. Nein, es ist nicht ein wenig Rapid. Nein. Nein, dass Sie erkennbar sind als Elektroautos. Und warum ist gut, dass Sie erkennbar sind? Weil man einerseits Ihnen dann Privilegien oder ähnliche Sachen einräumen kann und überprüfen kann, ob das von den anderen ausgenutzt wird. Gut, zwei mit jeder anderen Farbe. Das ist jetzt kein Grün für Grün. Aber Sie haben ein eigenes, die Frage ist, warum Sie ein eigenes Kennzeichen kriegen. Damit man Sie erkennt, damit Sie manche Sachen dann tun dürfen, was andere nicht tun dürfen. Das fördert natürlich auch den Ankauf. Und auf der anderen Seite, damit es auch für Einsatzkräfte erkennbar ist. Weil wenn ein Unfall ist, ist gut, wenn die schnell wissen, ob das ein Elektrofahrzeug ist oder nicht, weil die dann ganz anders zu behandeln sind. Also wenn die Feuerwehr hinkommt und sehe ich, das ist ein E-Auto, dann kann sie manchmal sagen, nicht mögen, die sie bei einem anderen Auto mögen können. Und das sind die zwei Gründe dabei eigentlich. Aber das ist ja gescheit, grundsätzlich, ne? Ja, da machen wir es ja. Es ist zu viel gescheite Sachen, jetzt sind wir im Wahlkampf. Da ist ja nicht die Zeit, wo alle wahnsinnig gescheit sind normal. Pizza-Video hast du angesprochen. Jetzt gibt es tausend Pläne und ich habe so den Eindruck, zwischen schwarz und rot, also dass jeder bereit wäre, alles zu tun, nur damit man nicht mehr mit dem anderen muss. Jetzt du als Ruhepol der Regierung quasi, du willst ja arbeiten und mit wem ist da eigentlich wurscht? Nein, es ist nicht wurscht. Es geht darum, mit wem kann man mehr umsetzen. Und ich habe das Gefühl gehabt, das war eine sehr eigenartige Situation. Wir haben das ganze Jahr über eigentlich mit zwei ÖVPs zu tun gehabt. Eine ÖVP, die ein bisschen oder doch entschieden andere inhaltliche Ansätze gehabt hat, was ja durchaus klar ist bei unterschiedlichen Parteien. Aber die lösungsorientiert war. Das war der ehemalige Vizekanzler und der Kreis rund um ihn. Und dann hat es eine andere ÖVP gegeben, die haben kein hohes Interesse gehabt, dass irgendwas gelingt. Und da hat man immer gespürt, da wird aus nicht ganz nachvollziehbaren Gründen, geht das nicht, geht das nicht und so weiter und so fort. Und es hat sich herausgestellt, dass es dann einen Plan gegeben hat, scheinbar den eigenen Vizekanzler in die Wüste zu schicken, den Außenminister zum Parteiobmann zu installieren. Und das ist dahinter gesteckt. Und das hat es halt sehr, sehr, sehr schwer gemacht. Für die Zukunft muss man halt schauen, mit wem man mal umsetzen kann. Was ich ja nicht verstehe an der ganzen Geschichte ist, wenn das so ist, wie du sagst, man hat ständig gemerkt, eine Gruppenwühne, dass nichts weitergeht. Es hat, weiß nicht, wie viel Möglichkeit gegeben, nach dem 11. Jänner in Wölz, nach der Planarrede, nach dem Ultimatum, das da mit denen hergegangen ist, dann als der Bundeskanzler den Innenminister aus der Regierung rausgehauen wurde und beim Van der Bellen in der Sache vorgesprochen hat. Das habt ihr selber versemmelt, weil wenn ich merke, es geht nichts weiter, dann sage ich, das ist ja nicht wahr, dass nichts weitergegangen ist. Allein in meinem Bereich ist es rasant weitergegangen. Wir haben ja nicht nur das E-Mobilitätspaket, nicht nur das Automatisierungspaket, wir haben eine Straßenverkehrssicherheitsgeschichte riesig gemacht, wo wir in Richtung... Aber das ist lustig, alle Roten sagen mir in den Gesprächen jetzt immer, es ist ja Wahnsinn, diese Regierung hat mehr gearbeitet, als zum Beispiel die Regierung feiern wir die letzten drei Jahre zusammen. Das ist nicht so. Und die Schwarzen sagen, es ist überhaupt nichts weitergegangen. Nein, nicht die Schwarzen, da sind wir wieder bei den zwei Schwarzen. Die Türkisen. Die hellblauen. Hellblau, ich weiß nicht, du hast es mit den Formen. Ja, aber mir kommt die Farbe hellblau vor. Ja, aber ist das nicht so? Die machen das ja geschickt, muss man auch sagen. Also so viel Professionalität wie jetzt diese Liste kurz zackt, täte man sich von der SPÖ auch wünschen, als SPÖ-Sicht. Nein, also die Idee, 14 Milliarden Euro über Verwaltungsvereinfragung einzusparen, ist hochprofessionell. Ja gut, so steht, er hat ja gesagt, Verwaltungseinfragungen, Förderungen kürzen und halt schauen, dass kein Zuzug ist. So wie jetzt im Sozialsystem. Ja, dann sind wir ja mal auf ein paar hundert Millionen, ja. Ja, aber warum sagt dann keiner, ich habe den Eindruck, es greift das keiner wirklich an und sagt, bitte legen Sie das einmal vor. Warum geht das durch, dass der, vielleicht hat er ja wirklich einen Plan, wie diese 14 Milliarden einzusparen sind, aber er sagt, ich höre jetzt einmal den Leuten zu im Land, was sicher bei den Leuten, glaube ich, gut ankommt, wenn man herumfährt. Und im September sage ich dann, wie das geht. Und die anderen, und ich, den Eindruck, sagen, naja, der ist jetzt so beliebt, den kann man nicht angreifen. Wie lange ist der Herr Kurz schon Politiker und jetzt fangt er an, den Menschen zuzuhören? Das ist eine lässige Geschichte. Wie erlebst denn du denn persönlich in so Ministerräten und Gesprächen? Gespürst du den? Ja, wir haben nicht allzu viel Kontakt. Das überschneiden sich unsere Ressortkompetenzen auch gar nicht, kaum. So kann ich wenig sagen über ihn. Und vom Eindruck her, wie das Match rennt, fühlst du dich gewappnet. Du bist ja ein Spitzenkandidat in der Steiermark für die SPÖ. Da musst du ein bisschen den Dialekt wieder rausholen. Das war jetzt oststeirisch, das war jetzt nicht obersteirisch. Damit da was rennt. Es ist interessant, wie der obersteirische Dialekt ist ja... Undefinierbar. Ja, es gibt immer sehr variabel. Wenn man schaut, von Bodau-See weg bis nach Mürztuschlag ist schon sehr viel Unterschied. Aber was schon ist, die Obersteirer sind schon sehr interessante Menschen. Ja, schon. Wenn man sich das anschaut, die Region, wo du herkommst, die auch meine Region ist. Nur ich komme halt noch ein bisschen aus der... Bei mir ist noch ein bisschen bayerischer oben da im Urteil. Tut ist ja komplett die FPÖ reingefahren. Also alles, was da früher Arbeiterschaft war, ist quasi zu 80 Prozent umgekippt zu den Blauen bei den letzten Wahlen. Ja, also das ist auch... Das sind die Zahlen, nicht? Wenn man die letzten Nationalratswahlen und die EU-Wahlen anschaut, ist das nicht so. Also wir sind da eindeutig die Stärksten. Und wir sind eindeutig die Stärksten. In der Obersteirer... Nein, bei den Arbeiter, ich meine nicht, ich mache immer ein normales Wahlenergebnis, wenn du da anschaust. Und ich denke mir das oft, ich mache immer so Partyhopping, wenn die Wahltage sind und schauen wir auf, wer bläht, wer ist wie drauf. Und so ist es ganz lustig. Und im SPÖ-Zeit sehe ich ja nie Hakler. Da sehe ich Leute wie uns, Bobos quasi, die eh wollen, dass alle ein schönes Leben haben. Also Bobo bist du keinem. Ich weiß nicht, dass du privat, glaube ich, drei Anzüge besitzt oder so. Also Bobo bist du echt keinem. Du bist ja völlig uneitel, das ist total komisch. Aber nein, was soll man sagen, die klassischen Hakler, die hupen alle bei der FPÖ im Zelt und nicht mehr bei euch. Nein. Also bei uns in der Obersteirmark ist das nicht so. Erstens. Aber zweitens ist es meines Erachtens schon ganz klar, dass wir gewisse Dinge vernachlässigt haben. Da gehört zum Beispiel für mich dazu Sicherheitspolitik. Und zwar sozialdemokratische Sicherheitspolitik. Wir haben auf das, was schwarz-blau sicherheitspolitisch getrieben hat, nie wirklich eine Antwort gegeben, was unsere Vorstellung war. Wenn man glaubt, über Sicherheitspolitik brauchen wir nicht diskutieren. Und das war meines Erachtens ein Fehler, ein großer Fehler. Weil wir dann gesehen haben, was ist denn passiert? Polizeiposten sind zugesperrt worden und die Sicherheit ist privatisiert worden. Der, der sich Sicherheit leisten kann, der ist derjenige, der von schwarz-blauer Sicherheitspolitik profitiert hat. Weil der hat sich sein Alarmanlag gekauft, hat sich seine Security-Leute besorgt. Darum geht's gut. Aber die, die sich das nicht leisten können, die in Mitwohnungen sind, die allein auf die Straßen gehen manchmal, die haben sich unsicher gefühlt. Und da haben wir lange keine Antwort gegeben. Aber das ist jetzt vorbei. Mit dem Kollegen Doskozil, glaube ich, haben wir eine sehr dezidierte sicherheitspolitische Antwort. Der kennt sich aus. Der weiß, was zu tun ist. Und das ist jetzt schon anders geworden. Und das ist auch nicht ein Thema, wo wir im Bereich derer, die jeden Tag hart für ihr Geld arbeiten müssen, ein gewisses Glaubwürdigkeitsproblem gehabt haben. Und das ist in der Frage so. Und in der anderen, was für mich persönlich ganz wichtig ist, wir müssen uns wieder mehr als die Partei verstehen, die für die da ist, die jeden Tag am 6. in der Früh in der Bude stehen und dort schöpfen. Und auch überlegen, was haben die für Ansprüche ans Leben. Was wollen die? Wo können wir da helfen? Glaubst du, dass du deren Problem überhaupt kennst? Ja, selbstverständlich. Ich meine, das sagt jetzt jeder Politiker. Nein, wo komme ich her? Ich bin aus Brug an der Mauer. Der Vater, Steuerarbeiter gewesen und dann Drahtzieger. Und zwar nicht Drahtzieger so wie du manchmal, sondern echt Draht produzieren. Die Mama im Lohnbüro zuerst und dann bei der Stadtgemeinde im Sozialamt. Der Opa Betriebsrat, ehemaliger. Meine ganzen Freund von damals, wo ich aufgewachsen bin, den kenne ich alle noch mit der Rehe. Wenn ich zu Hause bin, gibt es den ja gleich nicht so im Anzug. Und da kriegt man schon mit, was die Leute wirklich wollen. Und da verstehst du, dass die von euch wahnsinnig enttäuscht sind, oder? Ja, zum Teil sicher, zum Teil auch nicht. Also ich muss auch offen sagen, zum Teil denke ich auch, dass sie ein bisschen falsch nachgedacht haben unter Umständen. Aber großteils verstehe ich diese Enttäuschung selbstverständlich. Und darum war ein Grund für mich, wieder in die österreichische Politik zurückzukehren, weil mir gedacht hat, da kann ich vielleicht mithelfen. Was ja komisch ist jetzt, ich weiß nicht, ob du den Corbyn gesehen hast, den Gleistenbury, da singen tausende, zehntausende Festivalbesucher einen Politiker begeistert zu. Das könnte man sich bei uns gar nicht vorstellen. Aber der hat einen Nerv irgendwie troffen. Und ich glaube, den selben Nerv hast du in deiner Rede, die auf YouTube ja viral gegangen ist ohne Ende, wo du gesagt hast, wir haben einmal mit einer super Idee begonnen und haben gewusst, damit wir diese Idee umsetzen können, müssen wir in die Macht kommen, in die Verwaltung. Und heute glauben wir, dass Verwalten die Idee ist. Und du hast die Frage gestellt, ins Auditorium, können wir den Schmerzen und Nachempfinden, den jemand hat, der 800.000 Euro im Monat hat, an dem die Waschmaschine hin wird. Und ich glaube, die Mehrheit kann es nicht. Weil wenn du 10.000, 15.000 Euro im Monat verdienst, das ist nicht einmal ein Vorwurf, aber man lebt ja ein völlig anderes Leben. Und ich glaube, dass man die Leute, die untersten Zweite Ziele, glaube ich, gehen ja kaum zur Wahl. Das heißt, die werden ja vom Politiker näher links leingelassen. Wie kann man das ändern, dass man nicht nur mehr Leute für die immer Mittelschicht der SPÖ bekommt, jetzt auch mit der Mittelschicht daher. Man vergisst auf die da unten schon gedacht. Nein, das tut man nicht. Wenn du jetzt die Diskussion über die Mindestsicherung verfolgst, die ja für viele in diesem Bereich nicht unwesentlich ist, merkt man schon, dass wir da ganz vehement andere Vorstellungen haben, wie das unsere politischen Mitbewerber haben. Und die versuchen dann die Diskussion abgleiten zu lassen in Richtung, ja, aber das kriegen ja nur Flüchtlinge und versuchen so das Instrument zu desavouieren. Also da denken wir schon ganz anders. Ich glaube, das Problem ist auch, dass es zu einer generellen Unzufriedenheit gekommen ist und berechtigten Unzufriedenheit, weil es uns auch nicht gelungen ist, diese ganzen weltwirtschaftlichen Entwicklungen, die es gegeben hat, aufzuhalten und ins Gegenteil umzukehren. Nein, wir haben immer nur ein bisschen verteidigen können, haben geschaut, dass es nicht noch schlechter wird. Und das ist natürlich eine Situation, die unbefriedigend ist für alle Beteiligten. Aus der müssen wir aussehen. Und ich glaube, mit dem Christian Kern an der Spitze, mit einer jetzt ganz entschlossenen Wahlbewegung in dieser Auseinandersetzung, können wir so stark werden, dass wir wieder mehr erreichen können. Und wenn wir wieder mehr erreichen können, dann wird auch diese Unzufriedenheit weichen. Es ist ja in Wahrheit ein Teufelskreis. Du bist halt geschwächt politisch, kannst nicht mehr so viel erreichen und weil du nicht mehr so viel erreichen kannst, wirst du weiter geschwächt. Und das ist ja... Und dann schwächt man sich noch weiter, indem man sagt, wir wollen jetzt... Es ist eh schon wurscht, mit wem Hauptsache, wir bleiben an der Macht und können unsere Inhalte umsetzen. Das Vertrag ich auch fühle nicht. Also wenn ich bei uns dann nicht... Also ich sehe die Diskussion nicht als so gelaufen, sondern... Was heißt das für die? Ich kenne die jetzt, wir kennen uns wirklich seit ich 20 bin wahrscheinlich. Also seit 30 Jahren. Aber die Geschichte ist die, dass das Heere ja alles schon ewig, man muss wieder zurück zu den Leuten und so. Und ich kenne jetzt jemanden, mit Blau hast du eigentlich nie eine wahnsinnige Affinität gehabt. Und jetzt die Leute, die ich als wirklich erbitterte Gegner der FPÖ, von dieser Teutstimmelei, von diesem Rassismus, der da immer wieder von Proponenten kam, aus der ersten Reihe. Da sagt man jetzt, naja, wenn die unsere Kriterien erfüllen und die sieben Forderungen, dann geht das schon. Jetzt verstehe ich, warum man das strategisch tut. Aber du musst ja dir als Vollblutrotten in Wahrheit das Herz reißen. Oder ist der Hass auf die Schwarzen schon so groß, dass man sagt, bevor der Kurz Kanzler wird, dann muss man sogar mit denen. Also ich bin politisch frei von jedem Hass. Das ist auch etwas, was ich absolut ablehne. Man hat unterschiedliche Vorstellungen. Die sind manchmal sehr unterschiedlich. Man kann auch Vorstellungen anderer komplett ablehnen. Das ist alles okay. Aber zu sagen, ich hasse jetzt meinen politischen Mitbewerber, das bringt uns in Zeiten zurück, die ich nicht wiederhaben möchte. Auch selber nicht erlebt habe. Aber gerade, wenn man aus der Obersteuer immer kommt und so ein Sozialdemokrat ist. Ich bin gesessen, als ich in der sozialistischen Jugend angefangen habe, im Stadtparteivorstand, neben zwei, drei, die diese Auseinandersetzungen auch geführt haben noch damals. Und das ist schon etwas, was einen dann immer nachdenken lässt, wie man mit den politischen Mitbewerbern umgeht. Und die erwarten wir das aber auch von den anderen, muss ich auch offen sagen. Was jetzt die Frage nach der FPÖ betrifft, sehe ich das jetzt pragmatisch. Wir haben jetzt einen Kriterienkatalog, wir haben Koalitionsbedingungen. Dann wird man mal schauen. Dann wird verhandelt. Und was mir sehr, sehr wichtig ist, ist, dass es dann eine U-Abstimmung gibt. Ganz egal, mit wem wir unter Umständen in Koalition gehen. Ich glaube, das ist dann die breitestmöglichste Legitimation, die es gibt. Aber ist das nicht eine Verantwortung? Man verkauft es jetzt als Demokratisierung, was es ja auch ist. Aber anders ist es ja, wenn wir das dann schon machen, dann sollen wir nicht der Leiter an Schuld sein, sondern dann können wir sagen, es war eine Ehre. Ich bin prinzipiell ein Anhänger der repräsentativen Demokratie. Ja, innerparteilich, dass Leute gewählt werden, die dann auch die Entscheidungen zu treffen haben. Nur manchmal, und das sieht ja unsere Rechtsordnung innerhalb Österreichs vor. Wenn es in Österreich einfache Gesetze beschließt, ist es der Nationalrat. Wenn es ganz maßgebliche Sachen sind, dann sind es Verfassungsgesetze oder brauchst du eine qualifizierte Mehrheit. Wenn die Bausteine der Republik verändert werden, brauchst du ein Verfassungsgesetz plus Volksabstimmung drüber. Diese Gliederung ist ja relativ sinnvoll. Und eine Koalitionsentscheidung zu treffen, ist meines Erachtens für eine Partei wie die SPÖ genauso eine schwerwiegende Angelegenheit. Und da zu sagen, man entscheidet das nicht durch die repräsentativ gewählten Leid, sondern man macht eine U-Abstimmung unter allen Mitgliedern, ist nicht nur legitim, sondern ist in dem Fall gescheit. Aber das heißt, du gehörst nicht zu denen, die kategorisch ausschließen, nein, und der Rot-Blau mache ich den Minister nimmer. Ich würde mich selber nicht so wichtig nehmen, um... Nein, das war jetzt eher eine Frage, die du mit Ja oder Na beantworten kannst. Um sowas zu... Ja, ich kenne die... Ja, du willst aber nicht. Du musst jetzt aber... Also bei Rot-Blau wärst, wenn alles passt, genauso... Oder egal, bei welcher Koalitionsvariante immer. Es gibt keine, wo du ausschließt, wo du sagst, nein, da stehe ich nicht zur Verfügung. Ich würde sagen, jede Koalitionsvariante, die am Horizont ist, würde ich mir sehr genau dann anschauen und ich würde mich dann entscheiden. Aber ausschließen a priori nicht. Ich schließe a priori auch nichts aus, aber ich würde mir... Es geht um die Meldung, dass wir sagen können, Leichtfried schließt nicht aus. Ihr sagt sie, ich sage sie, was wollt ihr. Das ist ja das Schöne von Meldung und Politik. Aber ich würde mir die Entscheidung sehr, sehr schwer machen. Fällt dir was bei diesen sieben Bedingungen? Mir zum Beispiel aufgestoßen oder erstaunt festgestellt, dass die Homo-E keine Koalitionsbedingung ist, gerade jetzt bei der Diskussion in Deutschland, wo es beschlossen... Ja, vielleicht gelingt es ja noch, die Homo-E jetzt umzusetzen. Die Signale sind ja positiv aus vielen Bereichen. Und wenn der Herr Kurz zumindest so modern wie die Frau Merkel sein möchte, wo er nicht besonders modern ist, aber... Das ist eine schöne Sache eigentlich. Ja, dann könnte er ja die Abstimmung innerhalb der ÖVP auch freigeben. Ist das nicht überhaupt der Wahnsinn, dass wir in manchen Bereichen, ist die Politik eigentlich, ich weiß nicht, 10, 15 Jahre hinter dem eigenen Volk noch? Weißt du, was ich da sage? Das gilt aber auf eurer Seite, nach der Arbeitszeit, Flexibilisierung. Die Politik gibt es nicht. Da fange ich immer zum Streiten an mit jedem, der das sagt. Das heißt, die Rudi will streiten. Jetzt hast du endlich mal was gesagt, wo wir echt streiten können. Weil das würde voraussetzen, dass da eine Gruppe von Menschen sind, die alle gleich sind. In dem Fall gibt es ja genug, die das sofort haben wollen, aber andere wollen es nicht. Und das ist immer... Es ist ja eine perfide Diskussion, die geführt wird, die auch zu Politikverdrossenheit führt, wenn man sagt, die Politik. Also ob ich der gleiche war wie, ich weiß nicht wer, nicht? Und die gleichen Vorstellungen hätte, weil ich halt Politiker bin. Also das ist schon etwas, wo ich... Aber die Entscheidungen der Politik sind hinten nach der gesellschaftlichen Entwicklung. Das kann man sagen. Weil sonst hätten wir es ja schon. Nicht immer wahrscheinlich. Nicht immer. Manchmal sind die, die entscheiden... Schau, automatisierten fahren zum Beispiel. Da bist du hinten nach. Ja? Ja. Also da ist die Politik verleihend. Dann bin ich komplett hinten nach. Das ist selber schuld. Ralfall ist furchtbar. Also in der Stadt gefährlich. Weil man keinen Verkehrsminister haben, der dafür schaut, dass ich mit meinem Auto von A bis B ohne Probleme bauen kann, ohne Baustelle fahren kann. Du bist da ein bisschen, wie soll ich das sagen, verkehrspolitisch kein Vorbild. Ja, das nehme ich jetzt fast persönlich. Also eigentlich... Nein, aber es stimmt. Nein, aber es stimmt. Ich freue mich nicht. Ja, aber irgendwie... Eigentlich überhaupt kein Vorbild. Aber ich finanziere die Autoindustrie, ich finanziere die Taxler. Und ich störe andere Leute in der U-Bahn nicht mit meiner Räder rein, wenn ich telefoniere. Du wirst ja nicht mit dir selber in der U-Bahn rechnen. Nein, wenn ich telefoniere. Wenn es mal so weit war, war es gefährlich. Gut, das heißt, diese Rot-Blau-Kiste haben wir. Was mich noch interessiert ist, ob das Rot-Schwarz überhaupt noch oder Schwarz-Rot... Nein, Rot ist einmal fahren. Rot ist einmal fahren, glaubst du? Ja. Glaubst du wirklich? Ja. Weil der Kurz hat ja Werte, die sind gewaltig. Also man muss... Ja, diese ganzen Diskussionen, Umfragen, Ergebnisse. Am Ende wird es darauf rauskommen, wenn trauen die Österreicherinnen und Österreicher die Verantwortung für das Land zu. Das wird die große Frage sein. Ja, es wird eine Kanzlerwahl. Das Erstaunliche ist ja, dass ÖVP und SPÖ zumindest eins gemeinsam haben, nämlich dass, wenn man ihre beiden Spitzenkandidaten wegdenkt, Kern und Kurz, der Zustand der Parteien, die man dann dahinter kennt, ja ähnlich ist. Also massiv überaltert, massiv ein Funktionärsapparat, der ausschließlich ein Machterhalt orientiert ist. Du siehst das alles so negativ. Nein, das ist so realistisch, glaube ich. Ja, das ist nicht wirklich realistisch. Ich erlebe die Partei anders. Ich erlebe die SPÖ in ihren ganzen Strukturen. Ich kenne ja die alle. Ob es jetzt bei mir in Brug in der Stadtpartei ist, ein super junges Team, jetzt in der Gemeinde unterwegs mit einem neuen Bürgermeister, mit unglaublich motivierten Stadträtinnen und Stadträten. Die Partei verjüngt junge Leute, die nachdrängen. Also das ist ganz anders als wie dieses öffentliche Bild, was immer geholfen wird. Mitgehrt zu ihnen so, wie Wahlergebnisse so, wie... Die SPÖ Steiermark hat seit Neuestem wieder mehr Eintritte, als wie Leute austreten und sterben. Also das stimmt auch wieder nicht. Das ändert sich, das ändert sich immer. Ich habe vergessen, in den 70er Jahren ist das ein Drittel. Ja, 70er Jahre, ja, das war eine andere Zeit. Aber es hat auch ihre Nachteile gehabt. Weil man den Anschluss ein bisschen verloren hat. Und bei den Jungen, das kann man nicht leugnen, das ist ja jetzt die These des bösen Udi Fussiter, mit dir streit, sondern... Nein, bei den Jungen siehst du eindeutig Blau und Grün. Da spielen Rot und Schwarz de facto keine Rolle mehr bei den 18 bis 24 Jahren. Die Grünen haben die eigene Jugend gerade ausgeschlossen. Also so optimal ist das auch nicht. Ich rede jetzt nur von Wahlergebnissen, aber an der Seite lustig ist. Die kandidieren jetzt gemeinsam mit den Kommunisten und der KPÖ Plus. Ich habe gehört, ja. Ja, bei uns in der Region waren die Kommunisten, die sind noch immer da, nicht? Also die, ist ja erstaunlich. Ja, das ist im ständischen Landtag. Aber die sind da näher natürlich als die potenziellen Koalitionspartner ÖVP und FPÖ, oder? Ich will da jetzt keine großartigen Wertungen abgeben. Es haben alle ihre positiven Seiten. Manches, was die KPÖ vertritt, würde ich auch nicht vertreten. Allerhand wahrscheinlich. Bei dieser, es gibt ja jetzt die Diskussion, wie sozialdemokratische Politiker ausschauen. Da gibt es andererseits diesen Typ Macron, der was er hat. Der ja an sich, jetzt sich selbst nicht als sozialdemokratisch. Ja, aber die Sozialdemokraten bei uns sagen, das ist einer, weil der hat halt gewonnen. Wahrscheinlich deswegen. Das ist aber eine sehr interessante Definition von Sozialdemokratie. Und dann hast du quasi Korbin, Schulz. Es ist schwer für die Sozialdemokratie. Irgendwie sucht man noch Haltung. Du selber sitzt ja auch, weil wenn du sagst, man muss die Anschlussfähigkeit zu den Arbeitern haben, da gibt es ja Untersuchungen, dass die Leute mit dem sozialen Aufstieg quasi, man ist nicht mehr so wie früher, sondern feiner, man zieht sich feiner an. Den Korbin täts nicht mit der Krawatten sehen zum Beispiel. Und ihr rennts alle herum, wenn gegen einen Kanzler gibt es diese Slim-Fit-Geschichte. Und selbst du, was spricht dagegen, dass ein Minister im Polar-Level herumrennt, um zu sagen, ich weiß, wo ich herkomme und bin noch immer von da und ist ja wurscht, was ich anziehe. Wie haben wir uns denn vor kurzem einmal getroffen? Du hast dich dann über mein Pullover-Alter hergestellt. Das stimmt. Man muss dazu sagen, der Jörg leicht rennt privat herum, dass selbst das, was ich jetzt fordere, quasi noch high-dressed wäre, weil er sich nichts scheißt, wenn er sich anzieht. Du schaust ein bisschen aus, als ob du von der jungen ÖVP kommst. Komm, ich war ja auch. Also ich fall mit dem Stecktür. Mit dem Stecktür, offener Kragen, weißer Sein. Wer weiß, es ist ja eine große Bewegung. Vielleicht fangen sie mich an. Er war so alter. Zu alt, ne? Ja, ja, ja. Und zu wenig modern, was das Radlfahren betrifft. Es ist alles eine Katastrophe. Das heißt, wenn wir jetzt tippen, glaubst du, SPÖ fuhren? Ja. Wirklich? Ja, sicher. Und da aber keine Mehrheit mit Rot-Grün aus, nach menschlichen Ermessen. Und dann wird man halt verhandeln. Es gibt ja Leute, und ich gehöre manchmal zu denen, je nachdem, wie ich gerade drauf bin, die sagen, es wäre gar nicht so schlecht für die SPÖ, wenn man wieder mal in Opposition gegangen hat, um sich wirklich sozusagen Kanten schärfen, selber finden, neu aufzustellen. Du gehörst zu denen nicht, oder? Für die SPÖ, ich überlege, oder? Für die SPÖ, traue ich es mir schwer einschätzen, könnte schon positiv sein, unter Umständen. Könnte aber auch negativ sein. Also wie das in der Opposition dann läuft, das ist schwer abzuschätzen. Nur was mir dann mehr Sorgen macht, ist unser Österreich. Und wir haben jetzt einmal schwarz-blau erlebt, hat geendet, oder mit einem Massenausverkauf von allem, was die Republik an positiven Assets gehabt hat. Und Verhandlungen vor Gericht, die immer noch nicht fertig sind. Und sowas würde ich gerne dem Land ersparen. Sondern lieber ersetzen durch Rot-Blau, weil das ist weniger grauslich. Sondern ersetzen durch eine Regierung, wo wir möglichst viel umsetzen können. Ja, aber das sagen es alle. Und in Wahrheit sagen das alle seit 30 Jahren. Ja, das sagen schon alle, nur wir meinen es wirklich. Jetzt müsst ihr aber selber lachen, wenigstens. Das ist so. Ist nicht das das Problem, dass Österreich irgendwie so gebaut ist, dass das völlig aussichtslos ist? Das kannst du gar nicht reformieren. Nein, was tun wir auch alles so schlecht reden jetzt immer. Ja, wir sind in so vielen Kriterien vorne. Es ist ein fantastisches Land mit fantastischen Menschen. Das muss man jetzt auch mal sagen, was die Österreicher und Österreichinnen leisten in diesem Land. Ja, aber da kann kein Politiker was dafür. Da kann schon kein Politiker was dafür. Für die Berge nichts, für die Seen nichts. Die Berge und die Seen sind auch nicht so wichtig wie das, was die Menschen erreichen. Du bist ja genau so einer. Wenn du dann fragst, was gefällt dir an Österreich, was macht dich stolz, wenn man diesen Begriff verwenden darf. Ja, die Berge. Die Seen, was kannst du für einen Berg dafür? Nix. Nein, aber bevor ich sage, ich bin stolz auf den Jörg Leichtfried oder auf den Sebastian Kurz. Auf die zwei brauchst du nicht stolz sein. Aber auf die, die jeden Tag in die Arbeit gehen, die dafür verantwortlich sind, dass bei uns die besten Produkte der Welt hergestellt werden, dass unsere Industrie so erfolgreich ist, dass wir vor den deutschen, ich sage es jetzt bewusst, vor den deutschen Exportweltmeister sind. Unser kleiner Bruder Komplex wäre ein eigenes Thema wahrscheinlich. Aber wir sind besser. Aber ich kann gegenhalten, wir haben 300 Milliarden Schulen, wir haben ein Sozialversicherungssystem, das explodiert, weil die Plägekosten explodieren, die Spitalkosten viel zu hoch sind. Wir haben da ein Million Leute, die in Armut leben. Bildung wird noch immer vererbt. Es ist nicht so, dass alles gut ist, es muss noch besser werden. Aber das hören wir schon an. Ja, es wird auch besser. Aber es wird merklich in manchen Bereichen nicht so viel besser, wie es notwendig war. Und da muss man ansetzen. Und was willst du, wenn es schon lange herrscht, es wird auch schon lange daran gearbeitet. Und es wird nie fertig sein, das ist auch im Wesen. Nimm die Gesamtschule seit 30 Jahren, nimm Universitätenreform. Das sind ja alles Dinge, wo man sich gegenseitig blockiert. Man schafft es ja nicht, um jetzt sechs Jahre zu verhandeln, Informationsfreiheitsgesetz. Deshalb ist nicht alles in Bochow gegangen. Nein, nicht alles. Aber wir sind schon ziemlich... Nein, wir sind nicht ziemlich. Wir sind... Ehe. Wir sind verbesserbar, ja. Aber ich wehre mich auch dagegen, dass, so wie irgendwer einmal gesagt hat, das Land ist abgesandelt. Das ist ein Schwachsinn. Das Land ist nicht abgesandelt. Aber wir sind überreguliert schon in manchen Bereichen. Ja, wir sind... Wir sind des und des manchmal, ja. Da gibt es aber auch manchmal Gründe dafür. Aber einig sind wir uns das Rot und Schwarze, das sind wir nimmer daheim, weil das hätten sie die letzten 30 Jahre wirklich tun können, diese großen Reformschritte. Nein, das glaube ich nicht. Das hängt auch immer von den handelnden Personen ab. Es hängt davon ab, welche Sachen gerade in welcher Partei passieren. Hat man ja gesehen mit der ÖVP, wo es das war das letzte Jahr. Wir brauchen so einen ÖVP-Teddybären, du bist dann der SPÖ-Teddybär, diese zwei Spammerzahlen und die machen nur Sachpolitik. Ich bin kein Teddybär. Nein, im Vergleich zu den anderen schon. Du mit dem Brandstetter wei was oder mit dem Ruprechter vielleicht. Mit dem kannst du ja. Der ist lustig wenigstens. Es gibt wenige in der ÖVP, mit denen ich nicht kann. Das hat aber nicht die Folge, dass wir inhaltlich übereinstimmen. Das ist ein ganz anderes Problem. Und nur weil ich mich jetzt nicht groß wichtig mache und aufrege, heißt das nicht, dass das so einfach wäre mit mir. Das muss man auch mal klar sagen. Ist das eigentlich bitter, dass man, also wir haben mit Bütz begonnen, ich werde jetzt zum Ende mit dem Bütz irgendwie kommen, wenn mir das gerade irgendwie einfällt. Der hat jetzt verloren gegen einen Burschen, der hauptsächlich dadurch bekannt worden ist, den Julian Schmid, den Abgeordneten, weil er sich mit nockten Oberkörper auf dem Plakat oder halt mit lauter Lippenstift und Pussy Pussy all für alles an. Öffis, Öffis ist eh auch dein Thema. Ja, das ist ja okay. Keine Angst, ich will nicht, dass du dich jetzt mit nockten Oberkörper fotografieren lässt und mit Lippenstift vorschmieren. Aber das muss ja frustrierend sein für einen, der Politik wirklich nur als Handwerk versteht und sagt, ich weiß, dass ich das kann, ich weiß, dass ich mich da auskenn. Und dann draufkommt, dass das heute in Wahrheit kein Schwein mehr interessiert. Das muss doch, ich gehe jetzt persönlich, du musst dir das ja... Die Frage ist, ob die These stimmt, dass das kein Schwein interessiert, das glaube ich nicht. Oder zu wenige, dass die Leute mehr interessiert, dass man gut ausschaut, dass man, weiß ich nicht, Posterboy-Politik wichtiger ist, als das bohren dicker Bretter. Wenn es so ist, ist es ein Problem. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das, was bei den Grünen da passiert ist, was da wirklich dahinter ist. Das heißt, generell diese gute Senden und jetzt beklage ich mich natürlich auch selber, weil selbst im Fernsehen, wenn ich fescher war, wird die Sendung um 20.15 Uhr laufen und nicht um zu der unabedietlichen Sendezeit um 3.20 Uhr. Dann war es schon kitschig, oder? Wenn ich schöner war, war es kitschig. Aber schau dir den Forrest Johnson an. Gut, der ist auch nicht schön. Ich bin so froh, dass du jetzt nicht Maria Fechner oder Hanni Mikl Leitner gesagt hast, weil dann hätten wir alle schon einen Sexismus. Oder der Rupert Gmoser zum Beispiel, an den wird sich keiner mehr erinnern. Oh ja, ich kenne ihn gut. Nein, aber von den Zuschauern jetzt. Der war sehr benachteiligt, muss man sagen, durch Krankheiten und so weiter im Aussehen. Aber das war einer der gescheitsten Parlamentarer, den wir je gehabt hätten, der hätte heute nicht mehr funktionieren. Ich weiß nicht, ob man das so generell sagen kann. Also das, was mit dem Peter Pilzer war, aber ob es da nicht andere Gründe gegeben hat, die da dahinter gewesen sind bei den Grünen, das kann ich aber nicht beurteilen. Ich finde es nur schade, dass jemand wie der Peter Pilznehmer dabei ist, sage ich offen. Scherer wie wir. Ja, außerdem ist auch Karpfenberger. Ja, Bruggen-Karpfenberg, Simmering-Karpfenberg, alles so schöne Bilder, die wir haben. Meine Damen und Herren, der war ja nicht so vorblos, wie wir es geglaubt haben, oder? So was heißt das jetzt? Er schreit sogar in der Zwischneiner bei der Abmoderation. Die Leute glauben ja wahrscheinlich, dass du eher vorblos bist. Ach so? Ja, weil du immer so kontrolliert bist und jetzt hat man mal den Jörg gleich so gesehen. Das Vorblose kommt vom Schminken wahrscheinlich. Ja, und jetzt war es richtig koschert eigentlich. Muss man wirklich sagen, du hast sogar gestritten mit mir. Also das ist toll. Dabei habe ich mich noch zurückgehalten. Bevor er mir jetzt eine anreißt, hören wir auf. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem spannenden Gast. Die ganze Version sehen Sie auf der Puls4-Homepage, puls4.com. Reaktionen zur Sendung, schreiben Sie ausnahmsweise nicht mir, schreiben Sie ihm. Wir sehen uns nächste Woche. Vielen Dank fürs Dabeisein. Danke dir, lieber Jörg, Herr Minister. Alles Liebe, Pussi, Fussi. Alles Liebe, Pussi, Fussi, Fussi. Untertitelung des ZDF, 2020